Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 3 The Fire Fates, wo wir gerade mal wieder auf den Feuerbandschrein geklettert sind, weil wir hier noch eine Estos-Scherbe holen wollen und zwar waren wir da eigentlich schon ganz in der Nähe. Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, wo es ist, weil ich uns jetzt die Sucherei ersparen wollte. So, und zwar müssen wir hier einfach weiter und dann ist hier ein Weg hinein. Ja, ich komme gleich nochmal. Scheinbare Wand voraus, Geheimnis voraus. Ja, cool. So, hören wir uns erstmal euren Text an. Ja, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Und dann habe ich nachgeguckt, was man eintauschen kann hier. Von daher, vergib mir bitte, wenn wir jetzt keine Geschäfte miteinander machen. So, einmal kurz gucken hier. Sonst, die ja irgendwelche sinnvollen Sachen, Orte fallen lassen können. Ich traue solchen Truhen nicht mehr. Silberna... Uh. Wenn der das gleiche macht, wie in den anderen Spielen, dann wird der jetzt ausgerüstet. Dieser Silberring beschreibt eine Schlange, die ihre Verwandlung zum Drachen nie erreichte. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Schlangen sind als gierige Kreaturen bekannt, die sogar Beute größer als sie selbst verschlingen mit Haut und Haaren. Wer sich durch Mästigung behindert fühlt, sollte vielleicht der alten Gier frönen. Ja, aber auf jeden. Auf jeden. Ich glaube, Flints Ring, den können wir eh nicht effektiv nutzen, weil ich meine Belastung immer nicht so wirklich reduziere. Magie. So, ist das auch noch was? Nein. Na gut. Der heilige König Lothric. Letzte Hoffnung. Mann, das ärgert mich, dass wir das erst jetzt gefunden haben hier. Äh, nee, warte. Da. Da hätten wir rein theoretisch in der Tat einiges mitreißen können. Ah, well, Matt. It is good to see you in good health. What needs Smith in this day? Ja, nee, ist klar. So. Damit haben wir jetzt acht Aufladungen für unseren Estus, da wir ja den... ...Magie-Estus immer noch nicht benutzen. Und dann machen wir uns mal weiter auf hier. Wobei ich gerade am überlegen bin, ob wir jetzt wirklich erstmal hier weitergehen und die Cathedral of the Deep machen oder ob wir uns den Sumpf noch ansehen. Das ist gar keine leichte Entscheidung. Das ist gar keine leichte Entscheidung. Äh, äh, vor allem, wo geht's denn, wo geht's denn, wo geht es denn weiter? Was ist das hier? Warum Rückzug? Weil es hier nicht weiter geht, oder? So, da hat er uns begrüßt. Das heißt, da kommen wir her. So. Das musste trotzdem gerade sein. Da führt ein Pfad weiter. Gehen wir doch erstmal, gehen wir doch hier erstmal gucken. Geschafft! 1200 hat eine Bewertung. Nicht schlecht. So, ist das die Cathedral? Oh, das ist ein Pfad weiter. titanit okay versucht springen darunter ja jetzt gerade nicht jetzt will ich erst mal gucken wo bin ich jetzt gelandet ach wieder hier unten wo ich die dings getötet habe ich kann mir von da theoretisch die dann noch schnappen da die priesterin aber erst mal erledigen wir den anderen großen hier ach das führt dann ja okay nee dann hole ich mir erst die priesterin natürlich noch mal gucken was was haben wir denn hier noch bringt das was darunter zu springen weil es sieht ja schon so aus ob man da noch lang gehen kann aber das geht auch ganz schön weit nach hinten danke das damit ist die frage dann erledigt das war das hier als Rüstung ein Stoß in den Rücken ja hätte ich machen können hast du recht habe ich aber nicht so jetzt komm du her hier wenn man nicht so doof ist und in deren schwert genau rein rennt ist das ja ein relativ einfacher kill tatsächlich wenn die erstmal in ihrem in ihrem wilden schlag waren drin sind da so erst mal großmachete eine riesige machete mit einem hieb angriff sie ist ein abbruch werkzeug der arbeiter aus der untoten siedlung das ursprünglich nicht für den kampf gedacht war und der heraldshelm es heißt dieser stahlhelm wurde von den herolden des weißen pfades getragen den überbringern dienstlicher nachrichten stehlerner schutz mindert physischen schaden hervorragend ist aber anfällig für stimmverstöße und blitzangriffe stahlrüstung mit einem schneeweißen umhang dem erkennungsmerkmal der herolde des weißen pfades es heißt diese lederhandschuhe wurden von den herolden des weißen pfades getragen sie sind recht schlicht aber für lange reisen gut geeignet und das gepolsterte material der heroldshose ist effektiv gegen schläge und ergänzt herkömmlichen stahlschutz daher sehr gut das ist für dark souls recht ungewöhnlich da wird es weitergehen dass wir hier tatsächlich bei jedem einzelnen kleidungsstück verschiedene texte haben ja normalerweise hat es so ein rüstungsset dann immer in den einzelnen rüstungsteilen auch die gleichen texte so und hier kommen wir dann wieder in das startgebiet okay das wollte ich nur kurz abchecken dann können wir hier weitergehen können wir das nicht als leuchtfeuer benutzen hier schade eigentlich oh danke vision von unterhalb aha ne eigentlich nicht wirklich ich muss da nicht runter tatsache ein leuchtfeuer ja schon aber wieder fortschritte gemacht es gibt viel leuchtfeuer hier ne okay für den lade ich mich nochmal voll auf vorsicht vor assassine bist du der assassine oder von wo kommt der assassine so jetzt kommt er und zieht mich erstmal richtig ab hier sehr schön zwei mal mit dem gleichen trick ja das äh muss man auch erstmal schaffen ja 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 na da ist er doch aua ich wollte grad sagen da ist er wunderschön reingerannt er ist schneller als ich das ist mein größtes problem gerade ich darf mich von dem echt vorführen hier aber so richtig ne leid weg von mir so jetzt haben wir ihn nicht ohne nicht ohne nicht ohne der kerl ich hoffe nur die belohnung hier ist es wert die asche eines paladins okay neue gegenstände für unsere äh schreinmalt schatten asche von einem ermatteten paladin der die kathedrale des abgrund suchte ermöglicht erwerb neuer gegenstände bei der schreindienerin dieser paladin bezahlte einen hohen preis für seine eigenwillige gerechtigkeit wenn sie gerade das leuchtfeuer haben dann können wir das eigentlich auch gleich abliefern die kathedrale des abgrundes die kathedrale des abgrundes ich hatte ja gedacht dass uns vielleicht ein glutszeichen zeigt träger der glut an aha ich habe gedacht dass uns die die verschiedenen icons die bei den einzelnen leuchtfeuern auftauchen können dass uns die vielleicht noch im spiel erklärt werden aber da erwarte ich glaube ich auch ein ganz kleines bisschen zu viel von dark souls ich meine wir wissen ja von was für einem spiel wir hier reden so bitte schön so bitte schön so was sind denn die neuen wahren es wäre schön wenn ich mir das jetzt anzeigen lassen könnte was die neuen wahren sind also nicht sonderlich nützlich ja nur für den ersten schlag die jaja ja sorry ich wollte eigentlich nur überspringen denn boah ganz knapp ganz ganz knapp warte das lässt sich beheben So, ein Level ab, bitte. Ich nehme nochmal ein bisschen Geschicklichkeit. Geschicklichkeit 25 oder so ist mein Ziel jetzt erstmal. Dann wollte ich hier hinten bei dem Dingens nochmal gucken. Kreyrat, einmal bei dir. Okay. Ich habe gedacht, wir könnten ihn wieder plündern schicken, aber so weit ist er wohl noch nicht. So, ich wollte gucken, wir haben ja wieder einen Boss besiegt. Ich wollte mal gucken, ob das vielleicht damit zu tun hat, weil ich hier diese Macht entziehen kann. Okay. Versuch was wert. Dann machen wir uns mal auf zur eigentlichen Kathedrale des Abgrunds. Mal gucken, welche Schrecken uns dort erwarten. Er hat nicht, hat irgendwer nicht schon erzählt in der Kathedrale des Abgrunds wird dieser, äh, ist der Sarg von dem Aldrich? Das ist doch auch ein Asche-First, den wir erledigen müssen. So, aber hier oben noch irgendwas. Hm. Hm. Wo führt dieser Weg hin? Schild voraus. Okay, ich mache mal mein Schild voraus. Und finde dann ein Schild voraus. Ah, okay. Wappenschild war es, ne? Ein Ritterschild mit eingraviertem Wappen. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Wappenschild reduziert Dunkelschaden beträchtlich. Und mit dem Schild könnte ich auch parieren. Wollen wir mal gucken, was hat er denn für eine... Physisch 100! Magie ist er besser, Feuer ist er besser, Blitz ist er besser, Dunkel auch, Haltung ist besser, Gewicht ist gleich. Okay, 14 Stärke. 14 Stärke sind unser nächstes Ziel. Wir haben 12. Okay, 2 Level-Ups. Dann wird der Schild getauscht. Und dann können wir auch wieder parieren. Wir haben letztens aus Langeweile mal wieder ein paar von meinen alten Demon-Souls-Folgen angeguckt. Gut, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, ich war mal richtig gut im Parieren. Zweitens, scheiße, bei einigen der Folgen muss mit der Aufnahme irgendwas richtig schief gelaufen sein, aber die ruckeln. Die ruckeln die ganze Zeit. Warum hat mir das nie einer gesagt? Also in der Originalaufnahme war das nicht, als ich das Ganze dann gerendert habe. Das wäre mir ja aufgefallen. Aber ich vermute mal, dass ich die Folgen nicht alle einzeln nochmal gecheckt habe, nachdem ich sie gerendert hatte. Also da muss beim Rendern irgendwas schief gegangen sein. Sollte es solche Probleme irgendwann mal wieder geben? Schreibt mir das bitte. Wäre ich euch sehr dankbar für. Das ist echt ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Wenn einem das dann nach vier Jahren auffällt. Ich dachte gerade, das wäre ein Beschwörungszeichen. Hier bin ich gerade hoch. Ja, da war die kleine Titanitscherbe. Ich finde hier schon wieder den Überblick hier. Die Kathedrale macht mich ein bisschen nervös. Da kann ich auch nochmal lang gehen. Ja, ich glaube hier war ich schon. Okay, was bist denn du für einer? Leute, was ist das für einer? Auf jeden Fall lässt er sich gerade relativ simpel auskontern. Nur wieder noch so einen reinzubürgen, ey. Beeindruckend. Au. Echt beeindruckend. Und ich erhalte dafür den Spinnenschild, der keine 100% physische Abwehr hat und von daher schon mal relativ uninteressant für mich ist. Ein Schild, in dem das Bild einer großen Spinne radiert wurde. Schilde wie dieser werden häufig von wilden Bergbanditen benutzt und bieten hohen Schutz gegen Gift. Regenerieren wir nochmal unsere Vorräte. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass das ein einmaliger Gegner war, der nicht wiederkommt. Aber wow. Ja, also. Das war schon nicht wie zur Hölle. Egal. Hallo. Hier schon wieder. Oh Gott, eine ganze Meute von denen. Ach, das sind Hunde. Ich dachte, das wären wieder diese geflügelten Blödmänner da. Oh Gott. Komm schon. Ja, das war vielleicht ein bisschen knapper, als es hätte sein müssen. Gebe ich voll und ganz zu, aber ich wollte den ersten Kerl da halt schon mal ausschalten. So, dann bitte der blöde Hund da. Wir kiten uns die Kerle jetzt alle hier. Wuff, wuff, hier unten bin ich. Okay, ist der zu weit weg? Nein. So, da oben ist noch ein Hund. Ich komme ja hier. Ich warte auf dich. Da ist noch ein Hund. Ich habe gerade überlegt, was das ist da. Aber es ist in der Tat noch ein Hund. So, da ist noch... Ach, Mist. Ich nehme den mal raus da, das editiert nur. Moment, kann ich ihn eh nicht mehr benutzen. So, nach dem Hund dürfte es nur noch der eine Kerl sein, der da am Eingang steht. Ey. Fifi. Ich habe echt schon befürchtet, dass Fifi nicht mit mir spielen will. Okay, das ist auch nochmal ein Bogenschütze. Oder ein Armutsschütze ist es, ja. Und bringt uns ein paar schwere Bolzen ein. So, der da hinten wahrscheinlich auch nochmal. Ah, nee. Weil nicht der Kerl selber das Item hinterlassen hat. Das lag da halt einfach rum. Sehr schön. Dieses Grollen im Hintergrund da, das macht mich doch wieder etwas nervös. Bis jetzt haben wir die scheiß karte Draht noch gar nicht erreicht, ne. Wir sind noch außen, wir sind noch nicht drin. Aber mit diesem Weg beschäftigen wir uns dann weiter in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.